Hallo und herzlich willkommen auf Shannys Artistry. Heute mal zu keinem Puring Video, sondern zu einem kleinen Speedoing von dem da. Das ist unser aufmerksamkeitsliebender Spezialkader Yoda. Yoda ist etwas... ja, besonders. Aber das genauer zu beschreiben, würde ich in den Rahmen sprengen. Vielleicht mal irgendwann in einem anderen Video. Heute gibt es erstmal nur ein paar super süße Aufnahmen von ihm beim Spielen. Und eben die Zeichnung. Dieses Bild zeichne ich übrigens mit Pastellfarben. Und weil das eigentlich das unspektakulärste ist, habe ich hier die Vorzeichnung schon mal vorbereitet. Das Spannendste ist eh das Kolorieren. Das gesamte Material, was ich verwende, findet ihr übrigens in der Videobeschreibung. Das war's. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Zu guter Letzt habe ich nochmal den Rand ein bisschen dunkler nachgetupft und das ganze Bild nochmal in einen ganz schlichten Glasbilderrahmen eingebettet, damit das Ganze nochmal eine Nummer schicker aussieht. Na Joda? Was sagst du denn dazu? Und apropos was dazu sagen, ich bin echt froh über jedes Kommentar und gehe sehr gern auf jedes einzelne ein. Also schreibt mir gern, wie ihr das Video denn fandet und sogar noch lieber, was ich vielleicht noch besser machen könnte. Also Kritik ist gern gesehen, denn nur dadurch lernt man wirklich. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch gern einen Like oder abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst.